Willkommen zurück zu LS15. Wir waren gerade dabei. Ich habe leider vergessen, Pause zu drücken. Ich habe nun kurz was getrunken. Und deshalb ist jetzt der Drescher frei. Aber es ist ja halb so wild. Was machen wir denn jetzt? Ja, das ist das Übliche. Weiter sparen. Und gleich mal gucken. Ich habe ja Tempo auf 1. Der wird noch nicht fertig sein. Also, die Schweine. Einer zumindest. Ein Schwein. Nicht ein Erschwein. Ich bin so dumm, ey. Also, ich bin mit der Abkürzung. Ist der nicht gedüngert? Gedüngert. Gedüngert, mein. . Uah! Ne, glaubt nicht. Scheiße. Da muss ich doch nochmal schnell. Die Sachen, die abhängen, muss ich sowieso. Aber... Hallo, bin ich zu dumm. Wenn ich so im Real Life fahrten würde, dann hätte ich nie einen Führerschein bekommen. Heute reicht's. Den anhängen. Gewicht noch dran vorne. Wollen wir hier geparkt. Dann muss ich ganz schnell da unten mal düngen. Sonst verschwinde ich das ganze Feld. Das wollen wir nicht. So. Der steht eh gleich im Weg. Gucken wir gleich mal an. 62. 64. Aber geht's schneller? Nö, ne? Doch. Aber nur ein ganz bisschen. Ja, fährt er nach links, fährt er nach links, fährt er nach links. Bitte, 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 bitte. Jawoll. Der muss auch noch drei Bahnen. Das hat sich jetzt gelohnt, den anzumachen. so. Wollen wir schon mal hinter ihm? So. 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 Äh, war nicht so schnell. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier, ey. Komm, werdet vor, fällt Ende voll. Jawohl. Komm ich da hoch? Jawohl, passt, wackelt und hat Luft. 33.000 ist nichts. Ja, ich muss nochmal googeln, wie diese Mischration da funktioniert, ey. Misch. Vielleicht ist das, gibt's das auch gar nicht hier. Oder sowas ganz anderes. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich weiß auch nicht, ob's immer noch zu laut ist. Und bei den letzten Parts, wo ich Kommentare gelesen habe, sollte es doch etwas zu laut gewesen sein, hab ich gelesen. Und ich steht aber auf 10%. Ich rede einfach ein bisschen lauter und hat sich die Sache, glaube ich, hoffentlich schon erledigt. Und diesmal ist kein Part vorbei, ey, wenn ich hier bin. Der Drescher schon wieder, fast voll. Jung. Na, der war auch gar nicht leer, ne? Das ist kein L-S-Simulator-Let's-Play, sondern Getreide-Verkaufs-Wegfahr-Simulator. So. Nice, guck ich mal nach dem. Ja, komm. Das nervt. Das kann ich euch ja nicht antun. Seht ihr noch? Aber weil der schafft das hier ethisch. Ich glaub, eine Bahn noch? Oder haben wir hier noch einen... Ach nee, der fährt ja gerade links weg. Nicht ver... Ne, wir brauchen noch mal einen... Den brauchen wir ja hier noch. Das halbe Feld ist schon fertig. Wieso geht denn das? Jetzt hab ich bei dem einen Part vergessen aufzuschreiben, was war gemacht. Oh, nein. Schon wieder... Ich glaub, das waren vier Parts, ne? Ich guck gleich mal nach. Äh, guckt mal unter die Videobeschreibung. Dort ist Twitter und Facebook verlinkt. Lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, lasst einfach Kritik da. Der Sendeplan ist auch in der Videobeschreibung. Ja. Was soll ich noch sagen? Nichts, ne? Wir sehen uns dann einfach am nächsten Part, va? Bis morgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020